wie er viele wissen oder einige wissen ich bin ja nicht unbedingt der größte freund von unboxing ach warte mal erst mal hier nee können wir gleich machen und ja hier schön gruß an youtuber las du stehst ja drauf kennt ja aber ich habe die letzte zeit habe ich ein bisschen habe ich bei gesprächen mit freunden und auch bei anderen youtuber so thema nachhaltigkeit jeder kann was tun und da bin ich auch gestoßen was die wenigsten leute kennen ich kenne das seit gut zwei jahren hatte aber noch nicht die notwendigkeit habe ich jetzt immer noch nicht wenn mir so was anzuschaffen aber ich finde die idee super und jeder kann man tun hat ja letztes der julian von der interessensgemeinschaft hat ja auch da ein video weil jeder kann was tun und das zählt auch dazu würde ich behaupten aber hier schön gruß an julian und steve geht um ein telefon ich habe wie gesagt mit freunden telefoniert ich brauche mal ein muss ja wieder ein neues telefon hohen akku ist nicht in ordnung und ach und dies und jenes und hau mich tot was ich kamera zerkratzt display im eimer solche geschichten halt und da habe ich gesagt leute dann ist ja mal mit fair phone diese was ist das denn das ist beziehungsweise das ist es also ist der karton davon ja ich habe vor zwei jahren habe ich jemanden in einem festival getroffen der hat mir auch davon erzählt ich habe davon vorher schon gehört aber ich hatte noch nie eins gesehen und was ich über diese akku thematik unterhalten und ich sagte dann hier schick 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 hat er das ding auseinander genommen und ich warte total begeistert er hat mir auch erzählt man kann verschiedene teile updaten austauschen gegen neue ohne große probleme und während ich quatsche überrichtet ja schon auf dann die kamera von oben und dann dachte mir weißt du was kommt bestellt so viel ich war einfach nur ja gebraucht habe ich es nicht also schon erster fehler eigentlich schon gebe ich zu was kaufen hat man eigentlich gar nicht braucht der schon mal die ersten was man machen sollte könnte einfach mal nix machen auch nicht schlecht sondern habe ich mir das sehr von hier geholt und das erste weil ich sehe ist schraubendreher bei also man kann das ding auseinander nehmen und die liefern das werkzeug gleich mit der deckel ist super easy hinten abzumachen einfach nur klicker klicker klacker batterie ist draußen und ihr seht überall sind kreuzschrauben drin zwei sim karten also dual sim fähig 64 gigabyte glaube ich aber platte drauf und kannst du noch deine ist die karte reinschieben so aber bevor ich jetzt hier anfange ich mache jetzt hier auch ganz bewusst werbung für die bande ich krieg da nichts für ich will da auch nichts mehr haben ich finde einfach die idee super erst mal dass man telefon hat wo man den akku wechseln kann wo man auch gewisse hardware teile einzeln upgraden reparieren und et cetera pp da ist auch so ein finger scanner bei kamera alles hat hat so ein smartphone hat mit android und also ein zeug ist sogar ein bisschen größer als mein altes ein bisschen ja etwas so zu dem kommen wir später dann finde ich schon mal super da frage ich so warum machen hat gewisse andere firmen nicht beziehungsweise warum ist dieses so wenig bekannt und deswegen habe ich mir das ich habe das jetzt einige leuten empfohlen aber selber nie eins in der hand gab deswegen sage ich auch zu cd1 natürlich habe ich mir gedacht scheiße was jetzt mit den alten telefonen die beiden hier ja ich könnte verschenken als ersatz in der schublade anders benutzen sonst irgendwie eigentlich brauche ich die nicht mehr vielleicht ein notfalltelefon dann würde ich auch eher den knochen hier nehmen weil einfach mehr abgang und der hat glaube ich eine batterie standzeit von zwei wochen oder so als smartphone so also da ist mein umweltgewissen war da schon wieder ein bisschen getatscht da bin ich ein bisschen ach so dann war in dem karton steht drin for the future use this box to send us your phone und dann steht da plötzlich fairphone.com recycle vielleicht gehst du mal gucken packe ich einen link drunter so also nummer eins ist man kann das alte telefon direkt an fairphone schicken die reparieren ist verkaufen ist weiter ich habe noch nicht ganz tief reingeguckt in die homepage weil das ist echt eine menge info da fiel auch afrika da das kaufen die afrikaner dürfen wieder unseren reparierten scheiß holen den wir oberkonsumenten nicht brauchen so ein bisschen gezippt und nicht wiederverwendbare telefone werden dann recycelt und auseinander gefuckelt und schönen catchy satz fand ich auch so ich kriege den jetzt nicht ganz zusammen den schreibe ich dann drunter wie viel unten oder kilogramm gold in x menge telefone ist im verhältnis zu ich weiß es jetzt nicht mehr ich schreibe es drunter nach dir super und weißt du was will die dinge sowieso nicht brauche schicke ich sie dahin dann habe ich sie nicht ewig karten rumfliegen und ja sollen sie noch ein geschäft mitmachen dafür haben sie ein geiles produkt so und dann dann ist eine aktion die ist wohl noch nicht komplett angelaufen müsst ihr selber auf der homepage gucken wenn ihr ein altes telefon einschicks zum wieder aufarbeiten bzw zum recyceln und ich finde das schon mal cool dass das komplett markenlos ist das heißt solange die telefone sich anschalten lassen versuchen die die wieder gangbar zu machen finde ich schon mal finde ich geil finde ich echt geil dachte ich nö das da kann ich dabei sein so jetzt wollte ich natürlich eigentlich dieses schöne telefon mal ganz entspannt komplett in seine teile zerlegen um mal zu gucken ob das hier alles wirklich mit dem einschraubendreher geht dachte ich mir natürlich da habe ich noch ein bisschen zeit ja wie zu ist zwei tage alt gestern vom fahrer zartel runter gefahren und wie sieht der bildschirm aus moment so ich habe schnee auf dem bildschirm ich hoffe mal dass jetzt durch den aufprall das war hier oben an der kante dass sich da nur eine verbindung oder irgendwas gelöst hat weil der bildschirm zeigt alles an er ist auch nicht kaputt ansonsten wird es natürlich dann direkt kann ich ausprobieren wie das ist bei fairfonder ersatzteile zu bestellen im zahlen zwar wenn ich nicht weiß woran es liegt schicke ich ein boah so und das mache ich jetzt mal immer ding jetzt noch auseinander und guck ob ich raus finde warum das hier kaputt ist ich hoffe das ist wirklich nur eine lose verbindung so bevor ich los lege muss ich erstmal sagen nicht ein viel zu plastik an der verpackung selbst die papp verpackung war außen nur mit dem aufkläger versiegelt der war aus kunststoff aber ansonsten nur plastik hier bisschen da gesundheit und und sagt man sicherheitsinformation und dann hier kurzer quick guide alles super easy kein ladegerät kein usb c kabel braucht man auch nicht weil jeder so ein scheiß zu hause rumfliegen hat mittlerweile und wenn ich überlege da sind auch schon mehrfach steckdosen mit usb anschluss gibt brauchst du nicht mehr mein ladegerät du brauchst du das scheiß kabel warum das kabel verkaufen wenn es schon zu hause liegt finde ich eine super idee bin ich schon mal voll dabei ja das war mal gucken ob wir das ding hier auch sondergericht kriegen ich glaube ich habe noch ein weißes blatt damit man ein bisschen vom hintergrund sich abhebt ja ein anderer grund muss ich ja noch sagen der auch mit dazu geführt hat dass ich mir das ding jetzt mal einfach geholt habe euch das mal zu zeigen ist dieser wie nennt er sich world overshoot day den wir ja vor knapp einem monat irgendwann im april war der also ressourcen für 221 sind aufgebraucht jetzt leben wir auf pump und da muss ich auch mich noch mal beim korin corbus bedanken der mir dann diesen begriff dann noch mal mitgeteilt hat per kommentar ich bin halt nicht drauf gekommen und ich mache mal die videos halt relativ spontan gut so auf geht's wir schrauben das ding jetzt auseinander gut dann wollen wir das ding mal auseinander nehmen und mal schauen ob ich mein schätzchen hier wieder in funktion kriege nach zwei grandiosen tagen der nutzung habe ich übrigens schon gesagt dass wenn ihr die alten telefone einschickt wenn ich das richtig gelesen habe gibt es ein eine gutschrift ach guck mal eben ich aussehe eine gutschrift beim kauf eines neuen verfonds zaubert werden und während ich jetzt einfach mal die schrauben los mache ach so übrigens ich habe davor noch nicht getestet ich schraube jetzt hier einfach mal alle schrauben los die ich so sehe und die los schrauben kann und dann schaue einfach mal was passiert mal gucken was hier los ist ihr seht ja von von oben oder sogar magnetischer schraubendreher finde ich schon mal cool weil ich noch nicht weiß ob das einen sinn hat das ist hier dieser keil am ende aber kommt zeit kommt rat jetzt will ich erstmal dass mein schätzchen wieder funktioniert ansonsten werde ich gleich mal den ersatzteil service von fairphone austesten wie gut denn funktioniert so ach jo ein anderer grund warum ich noch drauf gekommen bin um das hier zu machen ich habe bei ich glaube tino jung jung und naiv kennt er verlinke ich auch mal unten habe ich mal ein interview mit sarah wagenknecht gesehen hat jetzt nicht direkt mit dem telefon nicht direkt mit dem telefon zu tun und die hat man irgendwann sich auch darüber beschwert dass hier mit dieser nachhaltigkeit und geschichte lieferkette ist ja auch so ein ding und sagte sie kauft sich eigentlich nur ein neues telefon wenn der akku leer ist weil sie den ich austauschen kann ja dann haben wir dazu langsamer zeit dass ich mal diese fairphone mal ausprobiere und mal schaue was da so geht so ich habe auch gott irgendwo gelesen ich weiß nicht mehr wo dass man das ding innerhalb von zehn minuten ohne probleme auseinander nehmen kann mal gucken die zeit hier läuft ja mit so ich behaupte mal alle schrauben sind draußen und jetzt kommt der spannende teil jetzt muss man noch irgendwie was los machen können hier ohne kaputt zu machen natürlich so ja es ist ja schön dass da drauf steht design to open ich möchte das jetzt auch gerne open und zwar ohne irgendwo nachzugucken da geht ja was wenn man es einmal weiß dann muss was geklickt werden es ist wirklich der bildschirm wird zuerst raus muss gut der bildschirm lässt sich rausnehmen und es könnte sein dass sich an den kontakten hier durch den aufprall irgendetwas verschoben hat und wenn nicht ja dann habe ich glaube ein problem dann muss ich wohl neuen bildschirm haben ich könnte jetzt einfach den bildschirm noch mal rein drücken und ausprobieren aber eigentlich möchte der teil pass auf machen das so bildschirm ist jetzt weit der grund wir gucken jetzt noch weiter auseinander nehmen können so sind ja noch diverse schrauben weil so verspricht fairphone besteht die möglichkeit verschiedene hardware komponenten auszutauschen gegen kaputte natürlich natürlich kaputte gegen funktionierende oder auch upgraden was ich kommt eine bessere kamera aus dann machen die dazu dass die kameras in in der telefon passen das ist doch mal eine coole sache oder so ich schaue jetzt ja einfach mal wieder alle möglichen schrauben los und guckt einfach mal wieder total zerlegen kann und dann schraube ich nachher wieder zusammen und hofft dass dieser krüssel bildschirm dass das alles war so was haben wir hier mit was haben wir hier das ist schau mal guck mal der usb c anschluss mit dem das symbol scheint es herzugeben mit dem mikrofon ist ein teil packen aber zur seite so das heißt wenn ihr mal den usb anschluss irgendwann kaputt macht könnt ihr euch neuen holen und den selber einbauen mal guck mal das sieht doch auch aus als wenn es raus geht lautsprechermodul lässt sich auch einzeln ersetzen und das schöne ist guck mal hier lautsprechersymbol mikrofonsymbol ok so und dann guck mal hier sehe ich jetzt gerade kopfhörer kamera bin gespannt bin gespannt so wie gerade eben einfach mal losgeschraubt und mal schauen was passiert glaube wenn ich jetzt die zeit von dem bildschirm abziehe könnte ich in die zehn minuten kommen ja das ist natürlich klar hier der schraubendreher der ist da kann man sich auch was besseres holen da gibt es ja ohne ende kleine werkzeug körperchen zu kaufen wo alle möglichen kleinen schraubendreher auch so flache spachtel ich glaube das heißt sogar handy werkzeugkoffer ich glaube das heißt sogar so oder handy schraubendreher set weil greiftechnisch ist natürlich jetzt nicht der knall aber ist ja schon mal schön dass das geht so keine spezial schrauben einfach kleine kreuzschlitzschrauben kreuzschlitzschrauben das ist doch super ne na komm her so ich sehe keine mehr jetzt werde ich einfach noch mal gucken was sonst noch so raus geht hier bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal so ist sie rauszufinden welche teil wo ist steht auch immer drauf topmodul was wohl was haben wir hier da ist die selfie kamera mit drin und noch irgendwas anderes hier haben wir die andere kamera nennt sich kameramodul so jetzt will ich das will ich auch gerne mal ausbauen einfach nur um zu gucken ob es geht da ist was fest gemacht da ist so ein gussgrad dran hier auch darf das nicht soll das nicht wird jetzt auch nicht kaputt machen da ist nämlich quasi jetzt die hauptplatine aber warum sollte die an zwei punkten fest sein ne schraube ist das nicht ne schraube ist das nicht oder ist das ne schraube und da will ich jetzt nicht weiter gehen ich habe nämlich soll ich das von oben oder von einmal hier und einmal hier ist das wohl ich kann das gar nicht sehen ist das eine schraube kann man die schraube lösen das ist irgendwas aus metall aber das ist wohl nicht zum weiß ich nicht das scheint wohl nicht zum lösen gemacht zu sein das ist einfach so ja ä ä ä ä bei dem teil da gucke jetzt nach das interessiert mich ob ich das auch rauskriege ich will da jetzt so nichts kaputt machen aber ansonsten kann man es ohne große vorab info mit ein bisschen gefühl kriegt man das ding auseinander das finde ich schon mal gut dann finde ich schon mal ziemlich gut so ich check mal immer mit der platine ist hier das muss ich jetzt leider im netz machen das will ich nicht kaputt machen ich habe es mal nachgeguckt da wollte ich jetzt machen mehr geht nicht also wenn hauptplatine dann mit restgehäuse gut das nur dazu jetzt hoffe ich wirklich dass mein schaden am display gar kein schaden am display war gut bauen wir den ganzen kram wieder zusammen und das mache ich dann ein bisschen schneller ne gut so 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 jetzt kommt der moment bevor hier zusammenschraube ach so übrigens wird mir eingefallen was ich auch noch habe aber auch noch sagen muss bevor ich jetzt hier ab und schrauben und vergesse wieder alle schrauben sind genau gleich da gibt es keine verschiedenen langen verschiedene andere gewinde wird noch was eigentlich schon die sind alle gleich und und der hier dieser nutze hier ich glaube der ist dafür um die steckverbindung zwischen einzelnen modulen die sauber wieder rein zu drücken doch jetzt kommt der große der große moment ist mein display kaputt oder ist nicht kaputt bitte nicht jawoll astrein ich habe mein telefon repariert spitze ja also verfolgen ich finde den grundgedanken von dem ding einfach so geil mal was zu haben wo man teile austauschen kann wo man reparieren kann so war das mal überall da gab es früher immer und ich verstehe überhaupt nicht wie die ganzen fanboys dem apfel hinterher laufen können der soweit nicht hat das ist doch mal dass ich da noch keiner beschwert hat Leute was ist los mit dem austauschbaren akku da gab es ja auch mal bei apple schon mal so ein ding mit dem wie ist das erste teil von den ipod wo so rein zufällig nach ablauf der garantie dummerweise der akku kaputt war so ein scheiß aber auch ne und die leistungsdaten die software ob das jetzt einer toll findet oder schlecht findet oder besser oder schlechter da da will ich gar nichts das muss jeder selber wissen aber ich meine dass ein konzern ein so abzieht dabei von wegen kompatibilität reparatur und ich meine da ist ja samsung mittlerweile auch nicht besser die haben ich hatte mal ein kleines samsung so ein mini das war sogar noch jules in und da konnte man auch die batterie austauschen also ja werfen kann ich auf jeden fall nur empfehlen dass das ist mal was nach dem motto da kann jeder was machen und das ist ein bisschen nachhaltig so ich schraube das ding jetzt noch weiter zusammen ich muss erstmal gucken ich wird erstmal in jedes loch eine schraube reinpacken ob ich nicht innen drin die schraube vergessen hat bevor ich alles anziehe guckt euch mal ein bisschen auf der homepage von fairfone um und lest euch da mal was durch vielleicht ist ja die ein oder in ein oder andere info die ich noch nicht gesehen habe vielleicht ich kann mir da eine kommentare in ihren wird zu sagen vielleicht stimmt ja auch einiges nicht vielleicht habe ich einiges falsch interpretiert ich finde aber fährt dieser dieser habe ich wiederhole ich mich jetzt noch mal fairfone ist ein tolles produkt und dann ist es wert hier auf meinen auch wenn er noch so klein ist kanal mal ein bisschen beworben zu werden fairfone hat glaube ich ein gesamtanteil am markt am smartphone markt habe ich mal irgendwo gesehen 0,3 prozent ist jetzt nicht der knaller darf auch ruhig mehr werden finde ich weil ich einfach die idee einfach spitze finde und da muss ich wieder hingehen da muss ich auf jeden fall wieder hingehen dass wir dinge mehrfach nutzen länger nutzen und auch dafür sorgen dass da mal dass man dass man die erweitern kann das geht so weit vorausschauend kann man handeln so eine schraube ist übrig und ich habe sie gefunden spitze also keine schraube vergessen und natürlich ist mit dem apfel auch eine menge wie soll ich nennen status symbol oder irgendetwas so identifikation also und zeug ja aber dann identifiziert euch doch mal mit etwas was nachhaltiger ist in anführungsstrichen das ist mit sicherheit noch gibt es noch möglichkeiten da zu verbessern aber ich finde die jungs sind auf dem richtigen weg so genug gequatscht also beim nächsten mal an denken wenn ihr ein telefon braucht hol ich mal ein fairfone reingehauen jadbo ist raus schraub jetzt noch ein bisschen ja 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 Vielen Dank.